Bevor das Video startet eine kleine Information und zwar werde ich in diesem Video das Ganze nur ganz grob zusammenfassen, da der größte Teil gleich ist wie der letzte Glitch, nur ein paar kleine Einzelheiten. Also wenn ihr das jetzt in dem Glitch hier nicht ganz versteht in dem Tutorial, guckt euch einfach nochmal das Video von gestern an. Da habe ich das Ganze ausführlicher erklärt, den Anfang und nur das was anders ist, habe ich in diesem Video jetzt nochmal ausführlicher erklärt. Aber ich denke trotzdem, dass man auch in diesem Video hier alles verstehen könnte. Jetzt auf jeden Fall viel Spaß und viel Spaß auf jeden Fall beim Millionen machen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier auf Youlex. Cool, dass du eingeschalten hast. In diesem Video habe ich auf jeden Fall nochmal einen Solo Unlimited Money Glitch für euch mit Bypass. Das Gute an der ganzen Sache ist, gestern hatte ich ja auch schon einen hochgeladen, da haben sich viele beschwert bzw. angemerkt, dass der anscheinend schon gepatcht wäre und dass man auf dem PC nur 40.000 pro Wagen bekommen würde und so weiter und so fort. Ich selber hatte es auch nochmal probiert, ich habe auch noch richtig wenig Geld bekommen, aber an der Stelle vielen Dank nochmal für die ganzen Likes. Und Kommentar unter dem letzten Video hat mich wirklich mega gefreut, wäre auch krass, wenn wir auf diesem Video hier die 100 Likes schaffen würden. Außerdem würde ich gerne nochmal anmerken, dass ich jetzt einen neuen Snapchat Account habe und wenn ihr mehr so hinter die Kulissen von meinem Kanal schauen wollt, dann könnt ihr ja einfach mal diesen adden und einfach mal mich anschreiben oder mit mir generell mal schreiben. In diesem Video möchte ich auf jeden Fall mal auf ein paar Fragen eingehen. Darum reden wir jetzt nicht ewig herum, sondern fangen wir direkt an. Ich mache das Ganze hier auf dem PC, auf den Konsolen ist das Ganze ähnlich, ein bisschen anders, aber im Grunde ist das Ganze das gleiche. Ich habe Quicks angeschrieben, weil ich ja selber keine PS4 habe, ob er mir sein Gameplay zur Verfügung stellt, wahrscheinlich schon, aber er muss auf jeden Fall noch antworten. Falls das der Fall sein wird, werde ich auf jeden Fall spätestens morgen noch einen für die PS4 und die Xbox hochladen. Aber was macht ihr jetzt für diesen Glitch, diesen verbesserten Glitch von gestern? Zunächst müsst ihr euch wieder den Job herunterladen, der Link dazu ist auf jeden Fall nochmal in der Videobeschreibung. Wie gesagt, dieser Job ist nur für den PC. Dann braucht ihr auf jeden Fall noch ein Clubhaus mit zwei Stockwerken und dann braucht ihr auf jeden Fall noch ein Büro. Welche Clubhäuser zwei Stockwerke haben, blende ich euch gerade im Hintergrund ein. Jetzt macht ihr das gleiche wie beim letzten Glitch auch. Ihr startet diesen Job und müsst ganz entspannt erstmal in diesen Dart-Mode reinkommen. Also ihr müsst Dart spielen. Das Ganze ist nicht ganz so einfach. Also ihr spawnt, drückt dann F bzw. haltet F gedrückt, damit ihr im Clubhaus spawnt. Falls ihr mit dem Auto wieder spawnt, wartet ihr kurz und wenn eure kleine Animation kommt, dass ihr rausläuft, haltet direkt wieder F gedrückt, bis ihr zu Fuß seid. Und dann müsst ihr ganz schnell E und Enter spammen, bis ihr in das Dart reinkommt. Ich muss jetzt auch hier zwei Minuten lang das Ganze versuchen, dann habe ich es erst hinbekommen. Jetzt ist das Ganze etwas einfacher. Ihr geht runter zu den Rollern, die ihr nicht mehr braucht. Ich würde euch Fagio-Roller einfach empfehlen. Setzt euch drauf, wartet bis der Motor angeht und haltet F für Respawn gedrückt. Ihr werdet in eurem Auto gespawnt. Jetzt steigt einmal aus und direkt wieder ein. Drückt einmal E, um in den, ja wie nennt man das, Tuner reinzukommen. Ändert da irgendwas, ich empfehle euch das Nummernschild, um den höchsten Profit rauszuholen. Dann verlasst ihr den Tuner wieder und schwuppdiwupp ist schon der ganze Glitch fertig. Jetzt könnt ihr wieder runtergehen, euch auf den nächsten Roller setzen, dort wieder warten, bis der Motor angeht. Dann Respawnen, im Auto einmal aus und wieder einsteigen. Dann E drücken, irgendwas ändern, wieder rausgehen und schon habt ihr das zweite Auto dupliziert. Das macht ihr jetzt so lange, bis eure ganze Garage voll ist. Ich mache das Ganze jetzt nur zweimal, um einfach Zeit zu sparen. Was macht ihr jetzt? Jetzt ist es ein bisschen anders. Ihr geht auf jeden Fall auf Escape, auf Online-Optionen, dort stellt ihr den Spawnpunkt auf euer Büro ein. Jetzt geht ihr auf Neue Sitzung finden. Seid ihr nun in der neuen Sitzung gespawnt, seid ihr auch in eurem Büro, wenn ihr alles richtig gemacht habt und den Spawnpunkt halt eingestellt habt. Dann geht ihr zu eurer Assistentin oder eurem Assistenten und bestellt euch auf jeden Fall den Comment aus dem Clubhaus heraus. Ihr steigt in diesen ein und fahrt ihn einfach in eure Garage rein, in eure Firmengarage. Also, das macht ihr jetzt auch mit allen Comments. Das Ganze hat den Sinn, dass wenn ihr GTA neu startet oder die Sitzung wechselt, ihr nicht mehr den Wagen verliert. Das war nämlich beim alten Glitch das Problem. Das hatte ich vergessen im letzten Video zu sagen. Also, ihr fahrt diese rein, dann bleiben auch die Autos da. Und das zweite ist, dass ihr jetzt für diese Wagen mehr Geld bekommt. Habt ihr jetzt alle aus dem Motorradhaus in eure Firmengarage reingestellt, könnt ihr natürlich den Glitch einfach nochmal machen. Oder ihr nehmt euren Comment und fahrt diesen zu einem LSC. Gestern im Livestream hatte ich ja auch das Problem, beziehungsweise, was heißt Problem? Ich habe pro Wagen, obwohl ich den ziemlich gut getunt hatte, gerade mal 40.000 bekommen. Das hat mich auf jeden Fall ziemlich gewundert. Jetzt ist auf jeden Fall die Möglichkeit da, dadurch, dass ihr das erst in die Firmengarage gestellt habt, dass ihr für diesen Wagen wesentlich mehr bekommt. Ihr seht es im Hintergrund, ich kriege dafür knapp 130.000 pro Wagen. Das ist auf jeden Fall ein bisschen mehr. Das ist halt das Blöde am PC mit diesem Verkaufslimit vom Wert her. Jetzt könnt ihr auf jeden Fall, ohne zu warten, die ganze Zeit die Wagen verkaufen. Und ich empfehle euch auf jeden Fall, nicht zu viele Wagen zu verkaufen. Vielleicht so 10 Stück höchstens am Tag. Und verkauft dann immer welche, wenn ihr wieder dringend Geld braucht. Denn wenn ihr zu viele Wagen verkauft, wird Rockstar wieder auf euch aufmerksam. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ihr gebannt werdet, wird höher. Wie gesagt, dieser ganze Glitch hier funktioniert, so wie ich ihn gezeigt habe, nur auf dem PC. Für Xbox und Playstation-Spieler werde ich hoffentlich morgen ein Video hochladen. Ich habe die anderen YouTuber zum Teil angeschrieben auf Facebook und so weiter, ob ich deren Gameplay bekomme. Aber das Problem ist halt immer, die sind etwas größer und haben somit auch mehr Nachrichten. An der Stelle bedanke ich mich auf jeden Fall fürs zu Ende schauen. Ich würde mich auf jeden Fall über ein Like und ein Abo freuen. Checkt auch jedenfalls auch nochmal später das Video ab. Das ist ein kleines Informationsvideo von ein paar Minuten nur. Checkt es auf jeden Fall ab. Das ist auf jeden Fall ziemlich wichtig und ein Warnhinweis für euch. Ja, wie gesagt, lasst an der Stelle auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Wenn ihr richtig krass drauf seid, dann teilt ihr das Ganze hier auch nochmal, damit auch eure Freunde über den besten GTA 5 Online Content informiert werden. Außerdem könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was für eine Art von Videos ihr vielleicht öfters sehen wollt. Zum Beispiel über neue DLCs, mehr Glitche, was auch immer. Schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare, damit ich mal weiß, in welche Richtung ich vielleicht ein bisschen mehr arbeiten soll. Wäre auf jeden Fall ziemlich nice. Außerdem sind wir auf dem besten Weg, die 8000 Abos zu knacken. Also teilt kräftig den Kanal und abonniert sehr, sehr gerne. An der Stelle bin ich dann einfach, wie gesagt, jetzt mal raus. Habt noch einen supergeilen Abend. Haut rein. Ciao. Peace. 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 Peace.